Sind beide on set? Oh, okay. Ah ja, im Klang. Ah, hier. Der vier, komm. Achtung, Tür. Als ob das bis zur Tür fliegt. Hier, der lässt vor mir, der lässt vor mir. Ich hab ihn nicht. Lass dich durch Schild nifen, bitte. Das wird ein Hipfire One-Tap. Sag's, wie es ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Belief doch einfach, Digga. Haben einfach hellseher. Wie viel Glück kann man in diesem Arm wirklich? Ich weiß es nicht. Ah, du duckst dich ja auch noch in dem Moment. Belief doch einfach. Oh mein Gott, Junge. Ich zähle mal zu, dass du irgendwie mein Lotto voraussagst. Wenn ich lieber ne Waffe kicken soll, mit der ich aimen kann. Hallo. Oh, nein. Oh, ich dachte, es wären C4. Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Ich dachte, es wäre ein Meld. Oh. Mach. Hier. Guck's ihn einfach an. Ich dachte, es wäre ein Gegner gewesen. Was auch? Ein Meld. Ja, Mann. Wahnsinn. Wo ist das Open? Und auch die Waffe ist ganz nice. Swapping Max. Drone Deport. Ja, kann ich laufen. Warte, ich kann Mainz erst runter sprinten? Was ist das denn hier? Warum leagst du da? Junge. Wenn das jetzt die Meldung mit Shotgun ist und der mich One-Pump, ne? Nevermind. Oh. Stark. Selten, ne? Was? Vorsicht, die werde ich in Luft gespäht. Philipp, warum teamkill ich dich eigentlich immer? ich habe ihnen geholfen extra heute mittag schön die neuen profile alle angelegt was ist das denn mich normal hier das bist du selber schuld und ganz ehrlich eines klaus am piano kannst du mal rein drohen und mit ping oder so dass du mich posten ist sowas von klar doch ganz gut ja ich könnte nichts machen die sachen ja das findet sie antieren okay was ist denn los was ist bei der oh my god das war hilfe der recoil noch mal auf machen wir da auf es kann tut jetzt nicht mehr kontrollieren die ist rechts also Oh, achso. Schicken ab. Oh, so viele Clays. Ich hab den schon offen nebenbei und ja, keine Ahnung. Geh nicht rein, das ist ein Legion. Da waren Legionen, würde ich mal behaupten. Ey, geht einfach rein, Junge. Das ist ein Montagne. Zero fucks given. Oha. Oh. 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 Okay. Okay. Hab ich. Oh my fucking god. Ach du heilig. Ruhe. Oh, ich hab. Ich links. Verarsch. Hab verkackt. Weiß ich, was das für ein Trickshot sein hat. Ja, ich hab verkackt. Guck doch. Na, schlecht. Ich hör low. Schon wieder. Ich verstimm mit dir nicht. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jetzt kommen die alle wieder safe zusammen. Irgendwie überraschen. Ja, die kommen hier wieder alle. Ist so geil. Oh, voll. Okay, cool. Gib mir die Tür ran. Hat halbwegs gut geklappt tatsächlich. What the fuck. Es war keine zwei Headshots. Irgendwie. Äh, in der Rotation und in der Bombe. Ja, Aroni war irgendwo oben bei Mainstairs. Ja, Aroni ist auf dem Spot. Okay, den wollte ich nicht, aber scheiße. Junge, was ist denn mit euch? Was haltet ihr für einen Winkel? Oh, mein fucking Gott. Ist die Onside oder ist die woanders? Onside. Ne, doch. Er ist nicht Onside. Wer ist denn Sophia von euch? Die Regeln. Junge, wie hab ich da drei Headshots rausgeholt gerade? Wo ist halt die Headshots eingerollt? Aber. Äh. Ich hab grad echt keine Ahnung wo. Oh mein Gott, die. Ich klicke heute einfach nur auf Köpfe drauf. Ich klicke heute. Wieder der Mavi. WTF? Okay, der hab ich nicht gesehen. Äh, in dem kleinen Druckerraum. Rechts, ja. Die Ella. Wie man, der ist für dich. Wie alle weg sind. Ja. Ja, stimmt. Jetzt eh ist der. Ja, ok, ok. Ok. Mach ich. Was, wenn ich's mache? Oh mein fucking God, der war heftig. Ja. Also ein paar Jahren. Stark, Mangel. Unter mir. Hä? Der hängt auch. Der wide stairs. Ja. Nee, Digga. Was denn? Der hängt back in the upside down. Nomad lebt noch. Äh, auf dem 3 abhängen. Trophy. Wird ausgedrohnt. 15 seconds. Ich hab jetzt nicht gesehen. Wir müssen nur einige. C4. C4, hier. Obi. Ah, der mate. Ich bin froh, dass ich die Taste gedrückt hab. All Friendlies were eliminated. Es ist, also es ist echt, es ist krass. Hörnack für den Carrier-Ban. Ja, kein Ding. Nicht mit. Mit. Du bist. Ich bin froh, dass ich das nicht hefter scharbe. Geht dir.